Und weiter geht's, wir machen noch den noch einmal, da haben wir den in der Quest auch weg. Umso mehr Quests wir weg haben, umso besser ist es. Und noch 16 Dungeons muss ich machen. Ein Schlüsselstück aus Hynia. Den Quest kann ich nicht rausnehmen, dann gibt's ja eh nicht mehr. So, also dann los, ne? Nicht fit, 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 fit. So, wir wissen es, Alter. Kannst du es mal ready machen? Tom, was machst du da? Na, ich bestimmt nicht. Schweinchen, du. Okay, Spaß beiseite, jetzt geht's los. Oh, du Hund! Ich nutze den Austicker schlechthin. Paz! Weißt du, auf was ich Hunger hab? Du? Erzvago. Nee, auf ne fette Pizza. Warum? Alter, ich hab auch grad Hunger irgendwie. Hä? Ich hab auch grad Hunger, ey. Ja, ich hab kümmlicherweise jetzt gerade um diese Uhrzeit Hunger auf Pizza. Ach nee. Aber sich über mich aufregen, dass ich mal spät esse. Hm? Aber über mich aufregen, wenn ich so spät essen würde. Ja, um drei Uhr ne Pizza reinzuschieben ist extrem. Ja, du hast jetzt Hunger, aber hängst du auf ne Pizza. Also. Für mir ist das relativ selten, weil ich mit ner Nacht Hunger auf Pizza krieg. Hab ich zwar ab und zu, ähm, wirklich ausnahmsweise mal, aber heute? Wow. Sie wird mich messern, aber ich hab sie abgeschlossen. Nein! Stimmt ja, der Boden bricht weg. Nein! Ich bin nicht ein Stück runtergefallen und du aber. Lol. Also, was ich noch vergessen hab zu sehen. Tom hat heute richtig fett gegen, äh, einen Elfjährigen verloren. Zehnjährigen. Äh, PvP. Der war richtig genial, hat ihn einfach weggeklatscht. Ich hab eh Chang einfach nicht trainiert, sag mal. Äh, äh, bitte ey. Solltest du auch nicht drankommen. Oh, das wollen wir ja sehen. Da hat er bis kein Zeit mehr gehabt, sonst hätt ich das auch noch gemacht. Wollte ich ja schon wechseln, aber nein. Wippie. Weg war Quava. Ich würd die morgen auf jeden Fall zum PvP einladen. Ah, wirklich, ich hab so wirklich das Gefühl, der hat mehr drauf als du. Im PvP. Ich weiß nicht warum. Also, deine Kampfart ist besser als deine. Ich weiß auch nicht warum. Obwohl, manchmal da wegrennen ist so ganz deine Art. Also, irgendwas hat er, was du nicht hast. Ach, keine Kombos. Du musst Kombos lernen, Digga. Aber sowas von. Kannst du nicht ständig ohne Kombos rumrennen. Ich meine, du hast ja gesehen, ich schlag dich da 15, 16 Mal. Also, 15, 16 Mal. Und du? Zwei, drei Schläge und ich fall schon um. Geht doch gar nicht. Vielen Dank für die Blutblase. Vielen Dank, wie lieb von dir. Es ist nur komisch, dass du so wenig Energie hast, ne? Hm? Es ist nur komisch, dass du so wenig Energie hast. Ich hab noch viel. Ja, dir fehlt ein Stück Schilder riesengroßes. Die Blutblase lädt nicht alles 100% aus. Nein, ich habe es geschafft. Aber einer hat runtergeflogen. Nein. Das hast du auf Video, wahr? Ja, sicher wird das. Wir müssen mal runtergekältern Wir sind ja schon wieder fast durch ey Hm? Wir sind ja schon fast wieder durch, noch nicht mal 5 Minuten Wir sind halt schnell Ich bin schnell Den Töten Aua Au 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 Ich brenne Euer Toll 9 Wieso kriege ich immer alles ab? Weil du derjenige bist der immer dran steht? Oder weil du derjenige bist der auf dem rücken steht ja tritt mich? Oder schlag mich Ja Ja ist ja schon aufgefallen dass jetzt Items also dieses Bildschrott Items Zeugs selbst das als Set zusammen auch noch als Set-Effekt ergibt? Echt? Ja, das ist mir jetzt aufgefallen. Ich guck so, hä, das ist doch, äh, steht da, das und das und das gehört zum Set, ey. Ja gut, Alter, nein, oder? Ich sterbe, aber ich kämpfe hart durch. Nein, hoa. Zack. Guck dir an. Oh, ich weine. Mein letzter Wille. Ja, stirb. Okay, mein letzter Wille. Ja, ich wurde abgemockst. Schlau. Wieso? Einen vorm Boss musst du so abbringen. Wieso, ich kann da, äh, hab da noch Erholungsdrecker ein paar. Perfüm-Bahn. Ja, auch für meine Lebensenergie. Du stirbst doch nicht so schnell. Mhm. Ich glaube, ich brauche für jeden hin jetzt Raum zwei Erholungsdrecker. Oder auch mehr. Graf Bellmits verbrachte ja ganz schön. Lo acepte, was für meine Lebensenergie. Töckige, auszutausend ... 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 Nein! Ich fand ziemlich viel Spaß. Du musst durchhalten! Der hätte ich ganz schön an den Eiern gehabt. Ach ne. Ah nö, falsche Richtung würde ich meinen. Nein! Was lasst du da so? Hilf doch mal lieber. Ach du mal! Ey! Ich bin weggekommen. Ich bin da weggekommen. Gerade als die Lüfte im Boden. Dann lass dich immer einen ziehen. Dann lass dich immer einen ziehen. Dann wird die Luft auch nicht dünn. Das Handelt. Alter, zwei Stück. ... ... ... Schon lustig zu sehen, wie du auch krezt. Fuck, ich hänge. Ich habe selber gehangen. Leg mal Fett. Das muss ich sogar schon Alcone verwenden. Was musstest du verwenden? Ey, Colts, weil ich gerade hier keine BD-Wersteine mehr habe. Oh, was machst du? Schießt bloß faul rum. Ja, ich habe einen Post-Drop gekriegt. Oder auch nicht. Nö. War keiner. Der Fake-Post-Drop eilt eben. Warte mal, was steht da? Feen? Segensmantel, nö. Mantel. Äh, hört sich irgendwie Raven an, kann das sein? Hört sich mehr nach Eische an. Oder Rena. Oder Rena. Ja, Feen, Segensmantel ist Rena. Feen sagt schon alles. Hm. Und wieder ein Quest weniger. So, gucken wir mal draußen an der Pinnwand, ob wir da einen neuen haben. Ne, diesmal nicht. Haben wir also jetzt erstmal alle sogenannten Quest, die wir jetzt hatten von vorher, aber jetzt mal weg. Da haben wir noch fünf Stück. Oder beziehungsweise sechse. Hm? Das Pet, einmal im Pet Übungsplatz. Dafür kriegt man Pet, Drillerpfeife, Attacke und... Anfeuern. Okay. Ja, wenn ich würde mal das Pet besitzen, wäre es auch einfach, ne? Cliff's Vorschlag. Frucht der Evolution. Ich brauche noch nicht mal das viele Dungeon mithaben, ey, ist doch lol. Hm? Ich brauche noch nicht mal, äh, äh, das Pet, äh, was es hier gibt, alle drin haben, no? Du hast so ein Pet. Ja, aber... Das hast du mitgenommen. Ja, aber, ähm... Aber du brauchst nicht Diesels. Es geht für jedes Pet. Ja, das ist ja eben der Vorteil an dem Punkt. Aber ich meine, bei Elseworld habe ich so ein wildes Pet gekriegt, wirst du? Aber hier kriege ich die anderen Quests gelums. Und ich glaube, all bei Elseworld wiederum nicht gekriegt habe hier dieses... Das ist krass, da habe ich extra schon durch den Korb gerannt. Das war echt komisch. So, reguläre Quest ist Banksharing mit den, mit den, äh... Ähm... Ähm... Energietransport-Omerton... Und... Und... Dann, ähm... Was wollt ihr denn alle von mir? So, ähm... Dann haben wir noch den Chroniken. Das ist ja Krenluftschiff, oder? Keine Ahnung. Ich weiß, ohne... Die Klasse habe ich schon so ewig offen. Und dann habe ich halt noch die Expertenausbildung. Das ist glaube ich der Altera Chor hier, mit den, äh... Chroniken. Noch 25 Stück dazu. Hey, hey, komm schnell, komm mal schnell. Der Ruth Segel für 82 Mille. Ja, ich bin jetzt mit dem falschen Charon, nein. Komm, wechsel schnell. Schnell, 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 schnell. Mach schnell, schnell. Ja, wie schnell ist... Sag mal... Ich muss jetzt erst mal... L2-3 in Pinnbahn schnell. Bin ich doch schon, oder? Warte, warte, warte. Der Ruth eingeben. Fuck ist weg, oder? Wie kommst du denn da rauf? Hast du es gekauft? Ja. Oh, Herzinfarkt. Nur leider habe ich jetzt keine Millionen mehr. Oh, Alter, mein Herzinfarkt. Ich geh ja so ran, guck so... Oh, Alter, unter 150 Mille. Könnte man jetzt gut locker verkaufen, da könnten wir sogar mehr Millionen rauskriegen. Ey. Oh, plus 5 sogar. Äh, versiegelbar. So. Geil. Ey, mein Weifern pennt schon wieder. Hm. Ey, ich seid jetzt mit aufm Video. Was? Wo ich's losgeschrien hab. Äh, ja. Ich hab's mal offen. So. Okay, das müssten wir rauscutten. Nee. Oh, Alter, hab ich nen Herzinfarkt gekriegt. Oh, für 80 Mille war Tierloos. Sei froh, dass ich die Kohle noch hatte. Ich hab heute von nem... äh, äh, nix hier das, äh, zusammen gesetzt, alle von, äh, 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 Charles. Alter. Gibt mal heftig. Das war billiger als eine, äh, äh, deine, 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 deine normalen Waffen. Dei Dämon. Oh. Oh. So. So, 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 so. So, 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 so. Weiß! Na immerhin! Jetzt brauch ich wenigstens nicht mehr auf dich achten! Oh, ne,cel State fertig! Wuhuuuh! Du hast schnell reagiert.. ...so schnell schnell schnell! Wenn du weg warst. Warte mal. Ah, jetzt gibts ja gleich. Oder? So, wo bist du? Ist doch dein Handelscharakter, oder? Guck mal, wo bist du? Bist du? Wo bist du? Da. Ah, habt ihr auch gerade gehabt. Da, Fokko. Ja? Ja, brauchen nur zwei. Ach du Scheiße. Das ist 100, das eine Million Zeugs, ey. Das ist... Das ist... Yohohohoho. Sehr interessant. Ich glaube, jetzt hast du mir etwa den Wert gegeben, was die nächste Waffe ist, ey. Ja, toll. Ja, toll. Jetzt ist man irgendwie sogar voll. Jetzt hab ich sogar 100 dahinter rausgekommen, ne? Oha, sieht die geil aus. Boah, eh, was? Boah, eh, was? So. So, da sind wir erstmal wieder. Wir haben gesehen, Avatar-Zeug ist manchmal sehr teuer und wir hatten Glück, dass wir das noch geklickt haben. So, dass er sein Set hat jetzt. Ja, 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 ja. Eiskalt. Sonst gab's die ja immer nur für 150, jetzt haben wir die mal eben für 80 abgeräumt. Wel... äh, jetzt wette ich jetzt, gibt's für 40 Millionen eine Kanone. Ich glaub, dann krieg' nen Hals. Nee, für 90, hab schon nachgekickt. Tauere zu einer Waffe. Aber entweder hatte der einen richtig sozialen Tag, oder der wusste nichts zu den Preisen. Letzteres wohl eher. So. Boah, guck mal, der blitzt, der blitzt jetzt sowas schon richtig. Das ist nicht mehr so diese Spiegeln, sondern jetzt komplettes Blinken. So, Moment. Mhm. So, ich würd' sagen, wir machen weiter im nächsten Part. So, ich würd' sagen, wir machen weiter im nächsten Part. Wieder hier an der gleichen Stelle.